Es ist hier ein Witz. YouTube! Ah, Moment einmal, Kodierung überlastet. Jetzt muss ich kurz warten, weil es ruckelt ein bisschen vielleicht im Video. Keine Ahnung. Jetzt soll's laufen. YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer Wartanfolge Rusty Dusty. Nein, stimmt gar nicht. Habe ich gerade eben aufgenommen. Ha, Scum! Ah Gott. Mein Auto ist futsch. Keine Ahnung, wer es von euch gewesen ist. Aber ich werde den Verbrecher finden. Obwohl, ich habe die Schlöster noch dran. Schlöster sind noch dran hier. Ich bin extra. In der letzten Folge waren wir ja beim Werner oben. Ähm, Holzfällerlager. Da bin ich extra enorm weit weggefahren. Weil, äh, ich wandere. Holzfäller war hier, glaube ich, gell? War das hier? Whatever, ich weiß nicht mehr. Ich glaube schon. Wie lange her? Aber ich wollte hier hinfahren und mein Auto parken. Hier habe ich aber keine Garage gefunden beim Vorbeifahren. Ich wollte jetzt nicht überall mich umsehen, weil es war finster und, und, und. Ja, bin ich einfach irgendwo hingefahren, ohne mal auf die Karte zu gucken. Bin hier gelandet und hier war dann, äh, eine Garage. Da war auch ein Quad drin. Das Quad habe ich hier geparkt. Das wurde gestohlen. Mein Auto ist auch weg. Als eine Tragödie, weil ich hatte richtig viel Shit schon im Auto. Äh, wohl, eigentlich ist es mir eh egal. Weil, findest du immer wieder. Ich glaube nicht, dass das gestohlen worden ist. Ich glaube, ich glaube, es ist, ähm, beschädigt worden. Irgendwie so durchs Fenster geschossen. Oder, der Server hatte irgendeinen Fehler und hat sich gedacht, äh, hm, weiß ich nicht. Pack mal, was Auto. Der braucht es nicht. So, egal. Auf jeden Fall werden wir hier ein bisschen weiterzocken. Werden wir eigentlich kommen? Ja? Nur dauert es diesmal etwas länger. Weil wir sind zu Fuß unterwegs. Kann der gerne Kartoffelsaft mitbringen? Vielleicht Karottensaft, Kartoffel, keine Ahnung. Karottensaft mitbringen. Vielleicht bist du mir da nicht so böse. Ähm, vielleicht hat man Glück und wir finden gleich wieder einen Auto. Weil sonst habe ich ja alles, gell? Ja, sicher habe ich alles. Ich war ja nicht online. Hier, Kürbis. Was ist denn los mit dir? Uh, 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 der Kackstift schaut schon raus. Der Kackstift guckt schon raus. Naja, wieso sagst du nichts? So, müssen wir jetzt kurz zensieren. Aber man sieht ja eh nichts. Ich bin zu nah dran. Oh, verzau' bitte. Das tut schon weh, gell. Gute Jute Wie schauen wir eigentlich aus Stoffwechselmäßig Vitamin E Na, was ist denn jetzt los Mir fehlt ein bisschen Zucker Red Bull Gas Lass uns mal die Dreckkacke hier essen Alles essen, nicht checken hier, essen hier Boah, Munition und so Mir geht es echt gut hier irgendwie Batterien, die sind aber leer Kann ich die auch noch zerlegen Und kriege dann Blei Alle leer Warum sind alle leer Hä Ich weiß das gar nicht mehr Komm, ist ein bisschen schneller hier Ach, lad los So, jetzt haben wir gleich aufgeessen Vielleicht haben wir es geschafft YouTube und dann Wollen wir uns auf die Socken Ich weiß gar nicht wohin Was ist mal hier Ne Flare Ja, warum eigentlich nicht Komm, wenn es Wenn die Sonne untergeht Es wird, glaube ich, eh schon viel Ich weiß gerade gar nicht Aktuell, wie spät es ist Kann man sich was herstellen Habe ich eigentlich Sachen Na Sorry, YouTube Ich habe irgendwas im Hals Hilft nur Red Bull Boah Kann ich nicht Das wird real nicht Ich bin hier Wer ist noch hier Niemand mehr Ach, geil, Alter Ach, die Lumpen Wäre ich irgendwas? Boah, was ist denn jetzt? Sorry Da kitzelt was im Hals Ach, ja Ach, ja Warte, dann nehme ich aber auch Ein bisschen Schrott mit Soll Schießpulver Vielleicht kriege ich da Ein, zwei Munition hin Weil den ganzen Ganzen Blödsinn Hatte ich ja Hatte ich ja im Auto Ach, das ist nicht so geil Hatte ich ja alles im Auto Werkzeugkoffer Reparaturdinger Ach, jetzt Da Komme ich erst wieder drauf Erstmal da schnell Hatte ich ja alles im Auto Ist jetzt alles weg Müssen sich alles wiederholen Aber das ist ja schnell gemacht Oder? Das dauert ja gar nicht so lange Ach, ne geile Mütze Schauen wir mal ganz kurz Ob ich mal Munition herstellen kann Bisschen was hätte ich ja Als wir jetzt nicht erzählen Dass das nicht geht Ja, geht Aber nur einmal, schätze ich Oder? Ne? Nochmal Ne, das war's Das war's Hab ich Ich hab keinen Schrott mehr Das ist es Das ist es So, wo haben wir hier Magazin Da? Munition laden Und Munition laden Voll Volles Magazin Geil, oder? Ich brauch mehr Schrott Und Werkzeugkoffer Hier haben wir noch Schrott Nix um Na, da war ich genug Schrott Aber das mit dem Blei Wird sicher nicht ausgehen Schätze ich Und mit dem Werkzeugkoffer Kann man ein paar Magazine Voll machen Wenn's nicht so ausgeht Wäre geil Das war schon wieder Zweimal nur Jetzt fehlt mir Blei Okay Ist aber okay Ähm So halbwegs voll machen Damit wir immer schön ballern können Ne, ne, warte mal Hab ich auch die gute Pistel? Ich glaub ich hab die gute Pistel Auch eben Ding Hab dem Auto 71% Ja, geht eigentlich Oh no Oh no Egal, ich werd auf dem Weg Schon wieder Auto finden Das ist glaub ich Nicht das Problem Hier einfach Irgendeine Garage öffnen Und da ist ein Auto Drehen 100%ig Hey, da ist wer Was ging mal das fahren? Wie war reden? Speaking English? Äh, ich mein, was redet Wie war sprechen? Ich weiß nicht mehr Wie sprechen war Hey, hallo Ist da wer? Kommen sie raus Ich hab sie gehört Ich hab sie gehört Kommen sie raus Erheben sie sich Ah, geben sie sich Erheben sie sich Genau Ah, ich hab sie doch auch gehört Oder war ich Oder nur ich Sagen wir eine Kuhglocke Kommen sie raus Ich hab ne Waffe Aber ich weiß nicht Wie ich sie verwende Das macht mich Umso gefährlicher Weißt du Okay Okay, ich pack die Waffe weg Ich bin ein cooler Typ Nett 1,85 Großbrauch Gebrannt Muskulös So wie die Frauen es wollen Nein Blödsinn Blödsinn Ich rede nur Blödsinn Okay Ist aber eh klar, oder? Ah Ein bisschen Benzin Aber den kann ich Kann ich Hab ich keinen Platz dafür Kann ich so nicht einpacken Aber Ich will mein Auto wieder haben Gibt's hier gar keine Garagen Fürs Auto Jetzt muss ich echt Den ganzen Weg zu Fuß Och Gott Oh, der mit Jetzt hat's mich aber grießen Rass Hü Wo ist er? Das war daneben Das war ein Warnschuss Ich würde besser aufpassen Was du machst Oder du hast gar keine Ahnung Mit wem du dich hier anlegst Pass auf Okay 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 Ich verstehe Pass besser auf Mädchen Ich hab gesagt Pass auf Leg dich besser nicht mit mir an Ich bin brutal Man glaubt es kaum Aber ist so Ne, ich übertreibe jetzt ein bisschen Sorry Äh, falscher Knopf Was haben wir hier? Improvis- Oh, ja, geil Hey, warte mal ein Moment Oh nein Das hab ich auch alles im Auto gehabt Die ganzen Leute und so Ich wollte mir ja noch einen Köcher Aus Zombies machen Weil, ähm Sowas einfach geil ist Kürbis Wie schaut's denn aus eigentlich? Mir fehlt Zucker Weil Wasser und so Glaub ich ist alles Ja, ist okay Obwohl, könnte ich trinken Könnt mal trinken eigentlich alles hier Ich merke, die mir noch sowas wäre Fuh, geil Ja gut, ich hab gesagt Wir wandern jetzt einfach mal Wo wandern wir Oder da Wo wandern wir hin? Wir wandern hier runter Und hier finde ich Bestimmt ein Auto Okay, das ist bitte Ah, jetzt hab ich Ah, hier ist Norden Äh, das heißt in die Richtung, ne? In die Richtung, äh, wäre Richtig Gut Dauert jetzt halt einfach nur ein bisschen Aber ich kann hier Auto wandern aktivieren Hier, Auto wandern aktivieren Geilo Kann ich mich zurücklehnen Und genießen Boah, Bruder, ich hab Spritstuhl Ja Warum der so gut ist? Weil es schneller geht Sehen Wanderst du jetzt automatisch weiter Oder muss ich wieder drücken? Er schwitzt beim Kacken Definitiv Man hat's gesehen Ah, warte mal Oh, die geben mir was Die Müssen wir essen Oder waren das die giftigen? Ich hab keine Ahnung Hey Oh, Baby Was war das? Keine Ahnung Kacke, dauert noch Ich hätte so gern mein Auto wieder Bum, 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 bum Ja, ich sag euch was Wenn ich ein Auto hab, dann fahr mal irgendwo hin Werner, ich komm, dich hundertprozentig noch besuchen Aber Ich brauch auch eine Base, oder? Was eigenes Ich weiß nicht Ich glaub, ich würd mir gern was eigenes bauen Was war das? Oh, jetzt Deine Schnauze jetzt, mein Freund Besser ist es Ich bin der Brutale hier Noch irgendwer Stress, hm? Ja Ich würd mir gern was eigenes aufbauen Weißt du, so mitten im Nirgendwo Eine richtig fette Base Oder Weißt du, Scum bietet sich voll an Irgendwie so The Walking Dead zu machen Ich glaub, kommt sogar besser als wie bei Seven Days to Die Eine kleine Stadtbahn Ein kleines Dörfchen Weiß gar nicht, ob man anpflanzen, glaub ich, kann man hier nicht in dem Spiel, oder? Geht das? Keine Ahnung Nein Ich weiß nicht Oh, hier ist eine Hütte Ja, keine Ahnung Ich denke halt, das wird sich gut anbieten Hier in so einem Game The Walking Dead nachzuspielen Also, nachzuspielen Äh, ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, oder? Da ist so ruhig gegen die hier Ich will nur ein Auto haben Die Frage Oh, hier gibt's fixen Auto Natürlich, bei der Polizeiwache Da können wir auch reinschauen Kriegen wir auch wieder gut Munition Kriegst du ja hundertprozentig einen Auto Oh, oh, was war das jetzt da für ein böser Ruckler? Oh, kannst du noch ein bisschen Gas geben? So war der hier Oh, oh Wölfe Hä, ich bin echt komisch Keine Ahnung Ich hätte auch einfach querfällt einrennen können Nur wäre ich schon längst da Ich weiß nicht, warum ich das so mache So So Schauen wir mal Dann sehen wir schon Ich glaube, dass hier ist... Oh ja, ich glaube, hier ist was drin, oder? Ja, ich glaube, hier ist ein Auto drin, oder? Nein, doch nicht. Ah, hier ist doch nichts drin. Aber ein fetter Rucksack. Jo, geilo, aber den brauchen wir nicht. Ein BH! Ich habe ein BH. Ich habe ein BH. Alles gut, ich habe ein BH. So viel Stress, ich habe ein BH. So hat mich das Zombie-Vieh mitgerägt, dass ich hier bin. Alles gut! Nicht das an, aber es war, wenn es passt. Da hinten ist so ein, glaube ich, ein Gepanzer dabei. Hören die das eigentlich... Ach, die Zombies, wenn ich rede? Jo, aber es geht. Ey, du! Fettes Sau da hinten, du! Was, du, ja? Die hören das, glaube ich, nicht. Wäre aber geil, oder? Wenn die Zombies das irgendwie auch hören würden. Halt nicht antworten, aber dass sie dann kommen. Weil es eben laut ist. Oh, 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 oh! Das ist so wie ein Typ, Resident Evil-Zombies ist das. Fuck, der ist voll gepanzert. Da muss man echt Gas geben. Daneben. Daneben. Oh, der letzte Schuss. Oh, oh. Oh, oh. No, no, no! Lauf damit! Oh, der, 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 der. Hey, was ist los? Lauf! Damn it! Oh mein Gott! Alles cool, alles cool. Ich harasse, oder? Ich harasse wie ein Weltmeister, weil ich einfach ein Weltmeister bin. Aber ich mag es kein... Liegt die Waffe eh nicht am Boden? Ne, habe ich die Waffe eh da? Ja, gut. Das müssen wir reparieren. Eigentlich müsste ich mich heilen. Aber reparieren ist wichtiger. Nein, doch nicht. So. Cool, jo, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Kommt noch einer? Ne, oder? Was hast du Schönes? Ein Helm. Ah, Schottimunition! Saut zwar kacke aus, aber ist Munition. Ähm, lass mich kurz... Ich habe doch einen Lumpen hier. Wunde versorgen. Ah, man kann sich nicht bewegen. Ich vergesse das, die man dauernd. Scheiße, jetzt bin ich hier. Ach, schnell. Super. So. Wie gesagt, wir schauen rein zur Polizei. Aber hier müsste doch irgendwo noch eine Garage sein, oder nicht? Oder mehrere auf jeden Fall. Whatever. Aber wir gucken jetzt mal rein. Ich brauche Munition wieder. Oh, what the fuck? Wo ist das? Oh, das ist drinnen, oder? Das ist drinnen. Jetzt hat sie mich aber krissen. Der ist drinnen. Alter, dann schnauze ich jetzt mal. Wo ist der? Alter, ich habe mich aber erschreckt. Gott. Die klingen so eklig. So, hier haben wir ein Messer. Hier haben wir noch... Oh, eine andere Knare. Geilo. Da sind doch noch andere Spieler, oder? Diese Steps, das ist doch kein Zombie. Erzähl mir nichts. Das ist doch nicht nur ihr, oder? Ja, jetzt muss ich auch noch urinieren. Ja, super. Aber da sind doch noch... Hier ist ein Arthur. Diese Steps, das sind doch noch andere Spieler, oder nicht? Keine Ahnung, vielleicht sind das echt nur die Zombies. Hier haben wir ein Auto übrigens. Geilo. Ach so, ne? Das war er vielleicht. Oh. Und ganz fett hinten habe ich noch mit dem Schreien gehört. Erschreckt habe ich mich aber schon jetzt da. Oh, ja geil, oder? Hey, ne goldene Knarre, oder? Weil ich einfach der Beste bin, oder? Ich will doch nichts sagen, aber es ist so. Ähm. Ja gut, die kriege ich jetzt aber hier nicht rein, oder was? Wieso kriege ich die nicht in die Hose? Es kann ja nicht so schwer sein, dass ich das in die Hosen stecke. Was ist denn los mit dir? Guck mal, du. Kriege auch nicht rein. Na, was auf. Das geht auch nicht. Ähm. Wie viel hat denn der Werkzeugkoffer noch? 30 Jahre. Ja gut, halt. Hey, seh mich an. Ich mag diese, die goldene Knarre haben jetzt, aber. Pass auf, die Batterien könnte man eigentlich sowieso droppen. Wollte ich eigentlich testen, ob ich die erledigen kann, äh, zerstückeln kann, aber. Komm, komm, komm. Brauche ich jetzt einfach. Etc, die goldene Knarre. Wenn nur die goldene Knarre ist, die geilste Knarre hier. Chuck! Bamalam, dingdong. Ramalam, dingdingdong. Goldene Knarre hier im Start. Yeah, right, right. Oder der geilste Typ hier ever bin. Gut, dann was, was schlucken die goldene? Das ist die... Ah, E50. Äh. Was, ich pipi, Alter. Dammit. Okay, mach schnell. Wir schauen nicht hin. Wir schauen weg. Das klang aber heftig. Ähm. Ja gut, die goldene, die schluckt. So, Magazin hier. Da hab ich schon reingeguckt. Ja, das ist cool. Äh. Oh, hier, ja, da. Ist das nicht die... Ah, die 50er. 300er, 300er, ich weiß es nicht. Nimm's doch mal auf jeden Fall mit. Pass auf, wir ziehen die kurz mal in die Hand. Guck noch mal nach. Äh. Block 21, Block 21. Das wird's nicht sein. Nein, überwiegler. Ich ziehe das mit 50er, aber das ist... Ach, äh. Was ist das denn? Was ist das Magazin? Hier. Ach, schade, Alter. Für die hätte ich gern ein paar Magazine, wenn ich ehrlich bin. Ich würde richtig gern mal mit der goldenen Knarre hier voll abfeiern. Nö. Oh, 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 oh. Ob ich die auf die 9, auf die 9. Zack, 9 rausholen. Pam, hab ich sie in der Hand? Nein, hab sie anstecken. Ja, so, warte mal. Ich hatte sie ja vorhin nicht auf die in der Hand gehabt. Rausholen. Ah, wie sie denn schaut echt kacke aus. Oder so kantig und so. Hab ich Magazin, Schuss? Hab gar nichts für die. Okay, okay, kack drauf. Das schaut echt kacke aus, weil die so richtig böskantig ist. Aber sie sind Gold, weißt du? Gold. Man klappt sofort. Ich hab Skill und so, wenn ich die bei mir trage. Also wenn Leute mich mit der Waffe hier sehen. Oh, aufpassen, aufpassen. Der Typ ist brutal. Finde ich gut in Scheiße labern, oder? Kann das sein? Das kann ich. Das ist so mein Ding. Jetzt wird's aber finster hier langsam. Ich glaub, die Nacht werden wir nicht mehr zocken. Unklug für mich. Alter. Was ist denn hier los? 94, was hat meine? 80. Ja, das ist gut, ne? Aber ich nehm die einfach in die Hand. Nein, aber die brauch ich nicht. Äh, ehrlich gesagt, brauch ich sie nicht. Braucht der Werner? Werner, hast du so eine Knarre? Wenn ich, dann treffen wir uns. Nochmals mein Magazin. Jetzt wird langsam kritisch. Das ist die Teg 9mm Knarre. Gibt's eigentlich, was auch, müssen wir kurz schauen, wenn man Steuerung drückt, glaub ich, gell? 9mm 715, 400. Irgendwas schießt mich tot. 715 402 kilo 93 was hat das ist hagenau dasselbe ist m9 das ist ja nur eins an deck 0 1 so dass es einfach das hagenau dasselbe nur optisch anders ja gut dann kack drauf ja wer da brauchst du eine mp5 dann versuche ich die irgendwie bei mir zu behalten und dann schenke ich es dir ohne magazin und ohne munition denn ich bin kein netter mensch wenn du nicht brauchst ich tue sie raus ins auto ganz kurz wo ist denn das was denn jetzt da ok ich muss sie kurz hier liegen lassen denn ich muss mich hier kurz verteidigen ok muss kurz rauskommen und ballern so wo ist wo es sind die wo sind die typen er kann sein dass die oben sind verkackte drohne kommt jetzt auch noch heute aber was soll ich mit dem dreck oh oh zu stimmt ist echt für den hugo mit dem auto werde ich nicht glücklich wo warst du stehen wo war der war die ganze zeit hinter der tüge ich glaube der war oben gell so ist nämlich im moment mal noch wer ich glaube ich das war so dann alle weg ja geil alle weg gut gut da können wir weg packen hier haben wir wieder dasselbe ok munition die 7 9 mm position aber wenn das geht nicht was besser aber ich habe hier magazine die sind noch leer war ich glaube ich muss jetzt erst auf dem boden tun So, dann können wir die zusammenfügen. Und dann haben wir hier, zack, und rein damit. Oh, ja. Und rein damit. Oh, yeah. Da habe ich gerade reingeguckt. Hoppla. Du, 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 du. Die Maske. Cabbie. Ja, keine Ahnung. Braucht man nicht unbedingt. Da werde ich nichts finden, oder? Außer eine geile Brille. Und ein Schloss. Soll ich ein Schloss wieder mitnehmen? Habe ich überhaupt noch Platz für ein Schloss? Habe ich gar nicht mehr. Okay. Ja, hier können wir noch gucken, nach Leimann. Oben aufs Dach gehe ich erst gar nicht. Geiler Rucksack, ja. Handschuhe, ja, geil, leider. Super. Komme ich hier runter auch? Aufs Auto einfach jumpen. Geht das? Oh, der, das ist, das tut weh. Das tut weh, wenn ich das sehe. Au! Ach, Gott. Wieso versuche ich es? Ich weiß es nicht. Aber, YouTube, ich sage euch was. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Werner, ich hole jetzt doch schnell die MP5. Pack sie in das Auto. Wer hat das Auto aber nie wegfahren können. Ich stelle das Auto, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich bin auf dem Weg zu dir, Werner. Star Wars. Zum Glück ein Auto gefunden. Warte, ich hole die MP5 schnell. Die habe ich ja hier liegen lassen. Ich weiß gar nicht, ob du sie brauchst oder nicht. Nehmen sie in die Hand. Packen wir das in das Auto. MP5. Auto ist offen, nicht verschlossen. Das ist geil. Oh, fuck. Aber ich muss aussteigen. Ich habe ihn nicht anlassen, weil ich habe echt... Ich kriege den, glaube ich, gar nicht weg. Egal. Ich will das Auto auch verschließen. Hier. Zack. Auto verschlossen. Alles Leimann. YouTube, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's alles gut. Auto rein. Und immer brav sein. Tschüssi.